Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ja, endlich, endlich wieder da bei The Vision. Und mit den Rude Moments geht's natürlich weiter, wie ich euch das ja auch versprochen habe, nicht wahr? Ganz zu Anfang wollte ich euch aber nochmal einen ganz kleinen Einblick geben in die letzten Szenen vor meiner Pause, die mir andauernd passiert sind, und weswegen ich im Endeffekt dann wirklich, wie gesagt, den einen Tag so enraged gegangen bin, dass ich wirklich fast meine Tastatur gegen die Wand geschmissen hätte. Und die war wirklich kurz davor. Und zum Glück ist die so teuer, dass ich's dann nicht gemacht habe. Aber ich denke, ihr könnt diese Szenen nachempfinden und kennt das auch. Und ja, da war die Pause einfach mal nötig. Also schaut euch die Szenen kurz an, dann wisst ihr Bescheid, was so die letzten Aufnahmen waren von mir. Und danach geht's mit deinem frischen Rude Moments in 1.4 weiter. Viel Spaß dabei, meine Freunde. Oh, Menschenjagd. Liebe Freunde, Menschenjagd. Oh, fuck. Oh, das ist zu viel. Was denn? Hacker. Leute, da sind sie wieder. Da darf ich ja wieder was melden. Oder war das Server-Lag? Also das war definitiv gerade am Hacken, oder was? Ich sage jetzt nicht unbedingt von Damage, das mag ja vielleicht hinkommen. Aber die Geschwindigkeit, Alter, die ist ja unnormal. Da, guckt, wie das bewirkt, der Hack ging. Oh, nee, Alter. Guckt euch die Scheiße an. Wie schnell der sich bewegt. Ja, ja. Alles klar. Jetzt geht's langsam richtig los hier. So kackend reißt auch noch, sodass man das alles sieht, ne? Ein paar behinderte Kackvögel, sage ich euch. Das ist mit der Grund, warum ich kein ordentliches Videomaterial zusammenkriege. Nur so eine Scheiße zur Zeit. Das kann ich euch doch nicht antun. Was ist denn mit dem Haus? Oh, irgendwie mal da geschlossen. Auf dem Auto ist einer. Vor euch. Was denn? Ich muss diesen Turm kaputt schießen. Da oben ist einer, der Lara Croft, so mein Sniper. Um hinten rechts bei den Containern. Hallo. Fokus ist auf die Ziele, die nah bei uns sind. Auf nichts anderes. Weil wir zusammen auf die Ziele schießen müssen. Der Sniper ballert halt die ganze Zeit da hinten runter, ne? Ich blute. Pass auf, da ist der Lara Croft noch in der Nähe irgendwo. Da hinten ist, da hinten läuft er. Wo Exit unterwegs ist. Hier ist der Spieler, hier bei mir. Hinten, aber direkt beim Dings. Der schneidet uns gleich ab hier hinten. Achso, ja. Hinter uns, hinter uns. Pass auf, der ist da. Wir hatten noch einen hier gerückt. Und Dings ist schon raus. Ja, wir kommen zurück. Wir kommen zurück. Ist noch einer, der nur... Spieler ist nach unten unterwegs. Einen Spieler ist unten weg. Haben Ulti gezündet. Kommt ihr zurück? Ja. Kommt, die kommt. Pass auf, pass auf. Hier ist Heilung. Boah. Boah. Wie, das ist ein Scheiß-Turret, das ist ein Turret bei euch. Flute. Ja, ich auch. Wie lehrt denn denn noch, Alter? Ja, wie lange halten die denn bitte aus? Die kommen bloß immer wieder. Nee, hier sind sie. Hier unten sind sie. Ja, ja, ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Wir brauchen mal einen Skin. Mein Skin hat 2D. Aufpassen. Jawohl, einer ist weg. Na ja. Das ist der andere, top. Sind wir Rogue? Warum sind wir Rogue? Weil einer uns durchgelaufen ist hier. Guck mal. Ist das auf links da? Pass auf. Ey, ey, ey. Halt die Daumen. Nein. Das ist eine Scheiß-Stelle jetzt gewesen, glaube ich, ne? Ja, aber warum kämpfen die zusammen, ne? Bitte? Die kämpfen zusammen. Ja. Schätze ich auch. Die anderen Band, die hinterhergelaufen sind, äh, ich glaube, aber einer haben wir erwischt, ne? Ich habe drei Stück erwischt und dann hat mich eben einer, der kein Rogue war, erwischt, weil wir dann halt wieder Rogue waren. Gunshot zusammen dem, das ist gut. Wo wollen wir spawnen? Äh, DZ-02 oder DZ-01? DZ-02 ist 94 Meter. Ja, wo ist Gunshot hin? Wo läufst du hin? Wieder zurück. Okay, dann gehen wir da auch wieder raus, ne? Drei, zwei, eins. Abgelaufen. Er ist geradeausend Spieler. Ja, ja, alles gut. Er ist schon weg. Alles gut. Ich kann ihn nicht kaputt machen, weil ich brenne. Ab ihn. Ach, das war Fragmatter. Das ist ja links durch. Ach, ne, Fragmatter. Das ist ein anderer Spieler. Ne, das ist der, den wir eben gekillt haben. Er hat einen Tower hingestellt, aufpassen. Hier. Bei mir ist Heilung. Da kommt der Zweite, der gerade gestorben ist. Boah, Alter. Okay, ich mache jetzt einmal gleich eine Schadens-Ulti. Okay, jetzt. Und rauf. Wo ist denn? Sind sie tot? Hä? Ich sehe die nicht. Okay, dann weg. Jetzt sind wir Manhunt wieder. Und wieder hoch. Einfach nur wegrennen. Jetzt müssen wir ein bisschen zeitig machen, weil jetzt verlieren wir wirklich. Das wollte ich eigentlich nur Manhunt, weil jetzt lohnt sich das. Ich kriege immer den Hit ab, ne? Gesichts-aggro nennt man sowas. Weil soll ich wieder meinen... Also, ich bin raub. Dann lass mich mal vielleicht vorlaufen. Hast du einen Scan? Ich habe gerade. Meiner hat noch CD. Ist, äh, checkt. Äh, da vorne ist ein Spieler vor Exit. Ja, der kommt zu uns, der kommt zu uns, glaube ich, oder? Ja, an dem bin ich dran, an dem bin ich dran. Ja, das ist der Okiduck, der habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ihn wiedergefunden. Der schießt, der schießt. Das ist noch ein Spieler, das ist noch ein Spieler. Ich habe Schaden, sollte ich... Verdammt, zu spät. Das ist noch ein Spieler, kommt in den Hohmanns. Der Okidoki, der hält ganz schön viel aus, eben, komischerweise. Weg. Ich hole da den Scan raus. Aus der? Da hinten ist ein Ulti. Da kommt der, da kommt der. Macht mal eure Ulti. Ihr habt auch eine. Ulti 10, Ulti 10, Ulti 10, Leute. Alter. Jetzt können wir auf die drauf. Hier, auf den Fragma bitte zuerst. Alter. So. Und jetzt auf den anderen. Und weg. Da müssen wir wieder woanders hin. Tantisch. Are you listening? Damn. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Bis zum nächsten Mal.